DigiFilter ermöglichen eine schnelle, saubere und einfache Filtration von Proben vor der Analyse. Durch eine sekundenschnelle Filtration in Verbindung mit einer Vakuumquelle kann die Produktivität eines Labors verbessert werden. Schrauben Sie einen DigiFilter auf die DigiTube mit der unfilterierten Probe und ein zweites Gefäß auf die andere Seite des Filters. Drehen und verbinden Sie den DigiTube DigiFilteraufbau mit dem Manifold. Zusätzlich zum Gezeigten ist auch ein Manifold mit vier Positionen erhältlich, wobei beide Arten zusammengeschlossen werden können. Durch die Saugkraft der Vakuumpumpe werden die Proben zügig filtriert. Erhältlich sind Membranen aus Hydrophil und Teflon in den Größen 0,45 und 1,0 µm, aus MetriZell in 0,45 µm sowie 0,7 µm Fiberglasmembranen für DCLP. Die DigiFilter sind im 50ml und 100ml Format erhältlich. Sie sind ein ideales Einwegprodukt zur sauberen Filtration. Hier zu sehen ist ein Manifold mit vier 50ml Positionen. Hier haben wir zwei Manifolds mit vier Positionen miteinander verbunden. Eins für 50ml, das andere für 100ml Gefäße. In unserem DigiPack Zubehör Video können Sie mehr über entsprechendes Zubehör erfahren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte uns oder besuchen Sie unsere Webseite. und bei Mmm unsere Webseite.